Aber das soll auf jeden Fall reichen, wenn das ob die Siegesbedingungen sind, um so einen Goku und so frei zu spielen. Wobei, hier gab es nur einen. Keine Ahnung, wie man hier frei spielt. Keine Ahnung. What? Ah gut, es hat gereicht für den Charakter, aber what? Trunks. Okay, Trunks ist auch cool. Hab ich kein Problem mit, aber da fehlen noch zwei. Wahrscheinlich mit mindestens fünf und mindestens sechs Punkte. What the fuck? Okay. Das ist nicht ganz so leicht. Und Deathmatch. Cleared the stage. Ah, ja, ja. Okay. Wir haben hier leider nur einen Charakter mit etwas mehr HP. Das ist natürlich auch abhängig davon. Also man kann mehrere Charakter mit wenig HP oder einen Charakter mit mehr HP haben. Und Nami ist mittendrin. Weil Sechser-Kroma ist noch lange nicht das Maximum. Äh. Und ich glaube, man kann hier runterfliegen, tatsächlich. Oh. Das war sehr schlau. Komm an. Nein. Kann ich das ewig aufladen? Oh Mann. Kommst du hoch? Wow. Das war, glaube ich, sehr effektiv. Und er ist immer noch im Schock drin. Puh. Achso, stimmt. Ich habe hier nochmal einen Helferkoma, dass ich die ganze Zeit vergesse. Fällt mir gerade auf. Und ich glaube, ich muss hier trotzdem ein paar Leute besiegen, wenn ich auch tatsächlich was erreichen möchte. Und man kann hier aber scheinbar einfach runterschubsen. Oh Gott. Äh. Nein. Nein, 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 nein. Die Bombe lasse ich schön in Ruhe. Okay. Player 2 noch. Äh, okay Von mir aus, so geht's auch Das war jetzt nicht unbedingt Absicht, aber hey Äh, wir haben auf jeden Fall mal beide Charaktere Master Roshi, den gibt's hier? Oh, okay Und Gohan, Super Saiyajin Cool, cool, cool Ähm Und dann Trangball Hunt, auch ein Spielmodi Wir müssen alle Trangballs finden Das gibt's glaube ich mit ein paar anderen Items auch Äh, und wieder Full Nami Nami geht auf Trangballsuche, was wäre wohl Der Wunsch von Nami Oh, ah I understand, I understand Ich schätze mal Hier geht's nicht drum, die meisten zu finden Sondern darum, alle zu finden Davor wäre das Spiel nicht Doch, gibt's ein Timelimit Nochmal Äh Äh, okay Äh, wenn es ist, ist ein schönes Level Zum Kämpfen Und er kann auch nicht ausgewechselt werden Das ist schon mal gut I like that Äh, wahrscheinlich müssen Ist hier auf jeden Fall Ein, eines der Ziele Alle sieben zu sammeln Also bitte Das wäre ja doof, wenn nicht Aber auch gleichzeitig Nicht ganz so leicht Okay Okay, bam Ah What? No Du sollst die nicht einsammeln Du Arsch Und Sanji Du bist auch nicht gerade Hier fahre ich gerade Na gut Äh, I don't like this Äh, und ich bin gleich tot Äh, ich glaube Ich sage nicht allzu Äh, shit Das wird nicht reichen Um Zu besiegen Äh, äh Ähm Da und da Nein Nein, 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 nein Das war natürlich super Äh, wir haben trotzdem noch genug Um zu gewinnen Glaub ich Vier Ja, es gibt sieben Also, hm Moment What? Es gibt doch nur sieben Dragon Balls Wie viele sind hier denn im Spiel? Genau sieben Okay Vergesst es, was ich sagen wollte Passt Könnt ihr bitte auch sterben? Komm Einfach sterben Thank you Na Bei der Punkte Nein, 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 nein Oh Auf Dragon Balls einzusammeln Ich möchte mit mindestens Weiß dass ich wie vielen gewinnen Mit mehr I want more I want so much more Los Sanji Ah, shit Durf, dass Nami nichts Einfach nur klauen kann Das wäre so imba Aber hey Scheiß drauf Richtig Ähm Aber gut Gewonnen habe ich schon mal Das passt Nicht unbedingt Äh Super Aber hey Was? Äh Okay Muss ich tatsächlich alle finden? Das ist tatsächlich heftig Okay Und da ich gesagt habe Wir fangen heute mit Äh Mit Full Gone an Schauen wir doch mal Was Full Gone so alles kann Was er dafür Stärken hat Ich wollte eigentlich Die Folge anfangen damit Aber Jetzt sind wir schon mitten in der Folge Und Bam Das entscheidet auf jeden Fall Äh Äh Hallo Achso Achso Setzt Stimmt Das heißt Gone ist gar nicht so wirklich Äh Mega Ha Äh Angriff Junkin Okay Junkin Er hat einen Das ist schon mal ganz gut Äh Hat auf jeden Fall einen Fernangriff Das ist nett Einer der keine SP verbraucht Äh Okay Bam Six von sieben Muss noch einen Kriegen Sollte tatsächlich machbar sein Oh Ich kämpfe mit dem falschen Äh Und ich sollte auf jeden Fall aufpassen Dass ich auch nicht anfange Mit dem komplett falschen Komm an Okay Runterfallen Bam Game Set Das war glaube ich sehr gut Hop Alles Bulma Grelin Wuhu Piccolo Wuhu Yes Super Würde ich mal sagen Super Ähm Joa Sollen wir das Deathmatch auch nochmal versuchen Mit Gone Ja Make One Ring KO Okay Also müssen wir die Leute besiegen tatsächlich Obwohl es nur ein Deathmatch ist Aber das können wir ja auch Das lässt sich machen Oh das ist geil Bam Hahaha Das ist also Junkan 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 Moment Moment Ist auch ein Deathmatch oder Ich dachte das wäre ein Deathmatch aber Wow Ich rutsche hier Ich kann hier jemanden retten Ob das sinnvoll ist Scheinmal hingestellt Ich glaube das ist eher gefährlich für mich Hm Wie lange wird es voll dauern bis ich jemanden retter werde Den ich eigentlich besiegen wollte Nein das ist kein Deathmatch Oder Doch Da liegt er Doch 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 Äh Ich hätte gern Gotenks als Charakter Gotenks ist cool Ja die Charaktere sind hier ja Auch wie beim neuen J-Stars offenbar Eher nach Pop Oh nein Shit Popularität wollte ich sagen Hahaha Okay gleich nochmal hier Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Ich glaube hier werden einige Decks gesammelt Kann ich mir so vorstellen Bam Au Äh Haut einfach nur ab Bam 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 Das ist eine schöne Kombo Jetzt auch nicht sonderlich viel Achso 1KO Weil klar Die haben mehrere Charaktere Das macht sogar Sinn Bam Juhu Und ich werde hier tatsächlich irgendwann noch sterben Durch meine eigene Schuld Äh Da Bombe Äh Bam So Und ich kriege mal nicht mal mehr meine Juwelen Naja gut Wir haben einen rausgeworfen Wow Das hat so viel gebracht Juhu Verdammt Wir müssen wohl bald anfangen Äh Auf die Noch stärkeren Äh Kämpfer zu setzen Das heißt Äh Wir müssen uns ein 7er Koma anschaffen Wer wohl Wer wohl Wollen wir schauen Wer überhaupt ein 7er Koma hat Äh Ich muss 2 töten Wollen wir gleich nochmal versuchen Why not Right Why not We Können nichts verlieren Wir können hier nur gewinnen Naja Bam Ey Lass mir auch jemand übrig zum rauswerfen Äh Bam Damit ist schon mal einer raus Äh Come on Nein Setz du Ich bin immer noch unsichtbar Okay Also ich hab nichts mehr Ha 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 Au Das tut weh Weißt du das Mach hier nicht einer Fluffy Äh Bam 2 Komm mal runter bitte Raum nochmal runter bitte Ne Ey Kannst du nicht meine Attacken Bam Gilt das überhaupt als mein K.O. Ich hab so langsam das Gefühl Leute runterschubsen Gilt gar nicht Doch Okay Gut Dass sich meine Frage da direkt beantwortet hat Super Dann fehlt nur noch Point Match Und dafür würde ich gerne Gon upgraden Und ich bin mir relativ sicher Dass Gon einen höheren Koma-Status hat Als der jetzige Bam Bam Und wir haben gleich mal ein ganz Dings an Wichtigen Leuten freigeschalten So Wollen wir mal Oh Mein Handy Sorry Bam Ein Sechser hat er zumindest He's growing Fast Von Killwater am Hintergrund Okay Das können wir glaube ich Auf jeden Fall benutzen In unserem Deck Denn wir haben Sowieso mehr Platz Als nötig Äh Ja Bam Bam Verändern Glaube ich heißt das Zumindest So Runter Nehmen wir mal kurz hier Äh So So Alt Ja Ich möchte hier nur mal kurz Aufräumen Ich brauche Platz Äh So Du bitte weg Und ein neues Ein neues Scrolling fast Yeah Natürlich Super Dann machen wir das Hier hin Und das Hier hin Und das Auch hier hin Und dann haben wir noch Ein Dreier übrig Oder so Ein Dreier längliches Gibt's das überhaupt Das gäbe Das ist schon wieder ein Kämpfer Ich möchte doch keine Kämpfer Erstmal Ein Dreier länglich Gibt's glaube ich gar nicht Ha Okay Wir könnten trotzdem einfach irgendwas nehmen Und theoretisch Ich könnte jetzt natürlich Sortierungsfunktion benutzen Aber nein Das wäre doch viel zu klug Okay Das könnte ich Benutzen Als Dreier Damit Nein Das könnte das nix Nicht sonderlich viel Lassen wir's so lieber Oh Oh Gott Äh Kanzel Sorry Ich bin ja ein Idiot Ich bin ein Idiot Aber es ist so einfach Right Und dann können wir hier Noch einige mehr Wow Ihr müsst mich gerade In euren Gedanken Angeschrien haben Stop So Das haben wir sowieso schon Gesehen Das haben wir auch schon gesehen Deswegen kommt's auch gar nicht mehr Leider Wäre cool irgendwie Aber okay Und Jetzt haben wir nur noch Ein Platz Verschwendet Oder so irgendwie Okay Äh Ja Nein Das hat's weggemacht Okay LR Lieder Du bist natürlich Lieder Ich hab hier nur einen Der Lieder sein kann Also bitte Game Please Game Don't do this to me Okay Können wir gleich nochmal versuchen Point Match Ähm Ja Okay Das war einfach Special K.O.s Müssen wir machen Oh Gott Das gibt's ja auch noch Das ist fies Aber okay Werden wir versuchen Sein muss Special K.O.s Das ist ja Achso Ich hab gar nicht Seine Fähigkeiten Nachgeschaut Ich glaube Ich glaube Er hat tatsächlich Die relativ Gute Fähigkeit Aber ich kann das nicht sagen Bäm Ah Ich kann aufladen Das ist cool Ja Die 6er Kromas haben dann meistens Irgendwas Wo man aufladen kann Das hab ich auch schon gemerkt Bäm Komm an Äh Und ich mach glaube ich Relativ viel Schaden Bäm Aber so Eigentlich Punkte Mach ich hier gerade noch nicht Komm an Äh Hallo No No What Son Gohan Du machst mich hier gerade fertig Beim wahrsten Sinne des Wortes Bäm Zumindest mal 2 Punkte Okay Ah Der nicht Äh Come on Bäm Nochmal 2 Punkte Aber das war auch kein Special K.O. Glaub ich Äh Son Gohan Nein 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 So klappt das noch nicht ganz Schade Aber na gut Für heute Soll es das erstmal gewesen sein Das war doch relativ erfolgreich Hier schon mal alles bis auf 1 beendet Falls es euch gefallen hat Wie immer liken Falls es euch gefallen hat Abonnieren Dann hat es uns schon wieder viel Spaß Bei meinen anderen Displays Tschau Leute DESята Aus Vielen Dank.